liebe kunden liebe partner liebe freunde ich habe überlegt ob ich einfach das weihnachtsvideo vom letzten jahr einfach wieder so ausspielen soll weil tatsächlich ist 2021 irgendwie so ähnlich wie 2020 im positiven wie im negativen wir sind diese kurve corona nummer immer noch nicht los und das wird wohl auch ein bisschen sich hinziehen aber tatsächlich und das ist das positive wir haben tolle umsätze wieder gemacht wir haben super aufträge von euch von unseren kunden bekommen und wir haben hier ja jede menge neues in unserem showroom tatsächlich das biest das kennt ihr schon freut sich weiter steigender beliebtheit es gibt ein neues cockpit von next level das fgt elite sehr hochwertig aus aluminium profilen gefertigt und ganz neu von motion systems haben das cubic system ins programm aufgenommen und dieses cockpit was er hier im vordergrund im bild seht ist quasi gerade mal drei stunden im showroom als dieses video hier gedreht wird also kurz vor weihnachten noch eingetroffen ja auch für mich gibt es mal schönes weihnachtsfest weil ja ich werde wohl zwischen den tagen dieses cockpit noch komplettieren in betrieb nehmen und dann natürlich auch davon berichten weil das ist schon wieder ein etwas anderes konzept als das was wir von bis beziehungsweise von traction loss und von der v3 kennen das posimo system ergänzung naja und das cubic system macht schon wieder etwas anderes und ihr könnt dann im neuen jahr hier testen kommen ich werde mich jetzt glaube ich mal in die boxengasse begeben ihr seht hinter mir steht der bmw da draußen steht noch der audi der sportquarton weil für die anstehende wintersaison ist natürlich allrad genau das richtige also werde ich noch mal ein paar hunden drehen gucken ob ich den weihnachtsmann wieder treffe und vielleicht noch das ein oder andere paket ausliebe ich bedanke mich bei euch für den support für eure für euer tolles feedback für den spaß den wir gemeinsam gehabt haben an diesen netten erwachsenen spielzeugen und ich freue mich auf das neue jahr auf 2022 dann geht es weiter mit diesen produkten hier in unserem showroom natürlich bleibt gesund habt ein tolles weihnachtsfest und vor allem startet gut ins neue jahr bis dann euer tolles käfer